Harry sagt guten Morgen, heute am 14. Dezember 2018. Es ist 8.15 Uhr, wir haben 18 Grad, kein Wind, wir haben keine Wellen und jetzt im Moment auch fast keine Wolken. Hier am Kiosk Nr. 3. Wassertemperatur immer noch 20 Grad. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder mit dem Wettervideo hier von Maspalomas und sagen Asta manana. Untertitelung des ZDF, 2020